Wenn diese Eltern sagen, du sollst dein Zimmer aufräumen. Tim, räum dein Zimmer jetzt auf. Ja, Mama. Neueneinhalb Stunden später. Ach, da mach ich mal das Fenster zu. Tim! Ja! Was ist das? Das ist Raubi. Warum habe ich jetzt meinen Namen selbst gesagt? Ach, scheiß drauf. Tim, was ist das? Das ist Raupi. Aber erstens hast du mir nichts zu sagen. Ich will mein Zimmer räumen. Am nächsten Morgen. Guten Morgen, Tim.